So, da sind wir wieder hier bei eSports Live mit unserer zweiten Folge. Wir gehen mal in die eSports Bar, würde ich sagen. Und wir sollten ja noch ein bisschen trainieren. So viel Energie haben wir tatsächlich auch gar nicht mehr, aber wir können ja noch ein bisschen reden. Weil wir haben Stress. So, deswegen dachte ich, wir freuen uns vielleicht mit der Trulla ein bisschen an. Reduzieren unseren Stress, reduzieren aber auch, so wie es aussieht, ganz schön unsere Energie. Und müssen da dann vielleicht gleich einfach bei ebenem Zeitpunkt mal die Aufgabe stoppen. Und vielleicht vorher auch nach Hause gehen und schlafen oder sowas. Weil unsere Energie ist halt schon halbwegs low. Mike. Hallo, Wuschelchor. Was gibt's, Mike? Ich habe gerade den Typen in der eSports Bar getroffen, der so gut spielt. Er hat kein Team und sucht nach einem. Echt? Das wäre großartig. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns jetzt in den Burgerladen treffen können. Passt das? Ich gehe sofort hin. Burgerladen ist vermutlich gar nicht so verkehrt. Im besten Fall können wir da vielleicht was essen. Hey, hör zu, Wuschelchor. Ich sehe niemanden, der wie Mark aussieht. Er ist wohl noch nicht da. Ja, das ist kein Problem. Hier gibt's eine Menge Mädchen. Was meinst du, Mike? Bis er kommt, können wir versuchen zu flirten. Mike, du brauchst eine Freundin. Hör auf, hör auf. Aber sag mal, worauf stehst du denn? Jungs, Mädchen, wirst du jetzt sehen. Hä, warum müssen wir uns denn jetzt entscheiden, worauf wir stehen? Stehen wir auf Jungs oder stehen wir auf Mädchen? Wirst du jetzt sehen? Ach komm, wir stehen auf Mädchen. Das dachte ich mir. Was meinst du damit? Ach nichts, lass uns aktiv werden und nicht nur quatschen. Also sollen wir jetzt irgendeinen Weib anquatschen oder was? Hier, guck mal, die sieht doch nett aus. Flirten. Oh mein Gott, versuche vier Vorlieben der anderen Person zu erraten. Es gibt eine gelbe Markierung, bedeutet, dass du die Gruppe richtig geraten hast. Eine grüne Markierung bedeutet, dass du mit den Interessen richtig lagst. Diese Zahl zeigt die Wahrscheinlichkeit an, von anderen gemocht zu werden. Nur der beste deiner vier Versuche gilt, küsse wann immer du dich bereit... Was? Was ist das denn? Oh Gott! Kann man hören irgendwie, was... Also... Wir reden jetzt einfach mit ihr und müssen gucken. Sport, American Football. Die mag auf jeden Fall Star Wars. Die hat ein Star Wars T-Shirt an. Drama, Unterhaltung, Action. Hier, die mag auf jeden Fall Actionfilme, würde ich sagen. Ähm, was hat die denn noch an so'n, 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 so'n... Die könnte auch vielleicht Skateboarden mögen. Und... Und... Äh... Äh, 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 äh... 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 Spiele. Locker, Sport, MOBA, Retro, Shooter... Ach komm, vielleicht mag die Shooter? Keine Ahnung. Okay, mit... Gelb haben wir... Was hieß das jetzt? Keine Ahnung. Äh... Versuch zu küssen. Hä, was will die denn? Die hört bestimmt gerne... Rock'n'Roll. Die guckt bestimmt gerne Unterhaltung. Und die isst bestimmt gerne... Äh, 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 Fastfood? Dreimal nur gelb? Och Mann. Äh, Spiele, Spiele, Spiele. Die mag Retro-Spiele. Die... Chillt gerne und die spielt wahrscheinlich gerne Hockey. Hey, einmal grün. Äh, und wir nehmen dann einfach noch... Äh, Hobbys, Hobbys, Hobbys. Die fotografiert bestimmt gerne. Die... Äh... Äh... Hockey spielt sie wahrscheinlich und... Ich hab übrigens keine Ahnung, was ich hier tue. Da war ja einmal grün bei. So, dann nehmen wir mal noch... Nein? Nicht so? Ach komm, wir versuchen sie mal zu... Nein? Okay, ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Das ist so seltsam. Wie ist es gelaufen, Wuschelchor? Nicht so gut. Na, mach dir keine Gedanken. Du wirst definitiv noch mehr Chancen haben, mit jemandem zu flirten. Sieh mal, das dürfte Mark sein. Lass uns hingehen. Aha. So. Da. Äh, hi. Hi. Hi, du bist Mark, oder? Nein, eigentlich bin ich Batman. Mann, du hast mir vor nur einer Minute in der Esports Bar ein Kotlet ans Ohr gelabert. Ja, das war ich. Ihr sucht nach einem Team für ein Match, das euch einen Laptop gibt, richtig? Oh mein Gott, er hat gar nichts verstanden. Nein, wir versuchen ein Team zu gründen, um gegen Russell und sein Team spielen zu können. Ich hab sie spielen sehen, die sind echt gut. Gut, wir müssen sie fertig machen. Er hat meinen Laptop und das ist die einzige Möglichkeit, ihn wiederzukriegen. Aha, jetzt verstehe ich. Na, jetzt habt ihr einen mehr. Das ist wie in einem Superhelden-Film. Du bist schrecklich, Mark, aber wir zählen auf dich. Willkommen, du musst weiter trainieren und das Team vervollständigen. Bis bald. Okay, trainiere und schaue auf den Merch, um Erfahrungen zu sammeln. Okay, dann gehen wir halt noch mal trainieren. So, Computer. Und wir trainieren das Spiel einfach noch mal. Jupp. Äh, nee, wir spielen. Das ist schon ganz lustig eigentlich. Da, 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 nachladen, da. Guck, die sind schon weg. Da, da, da. Da, 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 da. Wuhu! Warum, als ob das immer zwei Stunden sind, ne? So. Äh, wir können auch noch, können ja noch ein bisschen hier, aber ich glaube, das simuliere ich nur, weil Twitch-Chatten finde ich irgendwie ein bisschen, äh, äh, hier ansehen. Aber wir simulieren das nur. Unser Stress ist sehr hoch. Wir müssen gleich mit jemandem quatschen. Du hattest keine Zeit mehr. Okay, dann reden wir doch mal mit ihr hier. Sprechen. Einfach nur sprechen, bitte. Damit unser Stress ein bisschen runter geht. Fernanda Doman. Hm. Ah, oh, unsere, unsere Fertigkeiten steigen, steigen dadurch sogar. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Unser Stress geht auch ordentlich runter. Vielleicht haben wir Level 2 erreicht. Das kriegen wir vielleicht sogar gerade noch hin. Äh. Mal gucken, dass wir unseren Stress vielleicht wenigstens noch ganz reduziert kriegen. Da sind wir ja immerhin schon mal hier, äh, befreundet und so, ne? Oh, unser Stress ist sogar weg. Neuer Tag. Kommunikation, gespielte Tage, Intelligenz, Koordination, Fokus, Familienbeziehung, Erfolg wahrscheinlich. 4 Prozent. Toll. So, äh. 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 Hallo? So. Äh. Was jetzt? Können wir hier irgendwas... Moment. Hier blinkt was. Level ab. Freigeschaltete Gegenstände. Kleider. Okay. Äh. Wir haben wenig Stress, aber wir haben auch kaum noch Energie. Wir können ja noch mal ein bisschen, äh, Twitch-Chat uns hier angucken. Ansehen. Simulieren. Unsere Energie geht dabei wahrscheinlich auch wieder runter, ne? So, jetzt haben wir schon Level 3. Oh, das ballert ordentlich hoch. Warum stresst es uns, ein Spiel zu gucken? Aber dafür bleibt unsere Energie dabei gut, ne? Akzeptieren. So, vielleicht spielen wir auch einfach nochmal. Das simuliere ich dann aber auch. Üben. Ich würde eigentlich lieber gerne einen First-Person-Shooter spielen. Äh. Äh. Simulieren. So, hier. Gehen wir ordentlich bei ab. Unser Stress-Level ist aber sogar noch ganz okay. Du hattest keine Zeit mehr. Ich würde jetzt einfach mal aus Interesse hoch, ähm, aus der Interesse raus, äh, was passiert, wenn wir das hier zum Beispiel spielen? Üben. Kann ich das auch, kann ich das selber spielen? Achso, da muss ich auch einfach drauf schießen. Okay. Bäm. 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 Nachladen. Bäm. 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 Intelligenz und Koordination. Yeah. Uh. Geht voll ab hier. Fortfahren. Heißt. Dann können wir hier jetzt noch, äh, Sachen reinstecken. Ah, okay. Und das hier könnten wir, ähm, versteck deine Fertigkeit, die zu verstecken, wenn du nicht gesehen wirst, kannst, achso, anfühle die Siegespunkte, wenn du deine Spielrunden überlebst. So, ja, hier, komm, machen wir mal da. Und hier können wir noch einen Angriff, Ferne auszulöschen. Ja, hier, komm, Attacke. Hätten wir das. Äh, hier haben wir auch wieder irgendwas. Oh, Neu, klar, ein Plüschtier. Äh, äh, aber ansonsten, wenn dein Balken voll ist, erhältst du einen Talentpunkt. Ja, trainiere und schau, haben wir doch jetzt, ja. Äh, wir können ja noch mit, äh, der hier vielleicht sprechen. Was passiert, wenn unser Energiebalken ganz unten ist? Würde mich jetzt einfach mal interessieren, das würde ich gerne mal machen. Ah, nicht genug Energie. Alles klar, äh, wie baue ich dann Stress ab? Lernen, lerne zweimal, soziale Leben, flirte mit fünf Leuten, viel Fraß. Ist im Burgerladen, das können wir ja eigentlich mal machen, ne? Ja, dann gehen wir da doch jetzt mal hin, falls wir da überhaupt noch genug Geld für haben und nicht alles in der E-Sports-Bar gelassen haben. Äh, kann ich da rein? Burger, Fast Food, ja bitte. Vielleicht kriegen wir dadurch ja wieder Energie. Äh, ah, hier, gibt tatsächlich was. Tacos, chinesische Nudeln, oh, lecker. Pizza, Hamburger, ich will jetzt chinesische Nudeln haben. Ja, bitte. Äh, ist ja immerhin etwas, ne? Kommunikation. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem nochmal nach Hause. Vielleicht sollten wir eventuell mal da wieder vorbeischauen. Wir waren ja nicht... Oh, fuck. Schatz, du bist schon seit Tagen zu Hause und erledigst keine Arbeiten. Ich weiß nicht, Mama, ich hab so viel zu tun. Oh, wirklich, na, bevor du diese Dinge tust, könntest du mir vielleicht im Haus helfen. Los, bring den Müll raus. Okay, Mama, ich bring ihn jetzt raus, werd nicht böse. Okay, wo ist der Müll? Äh, Müll? Links, klick über der Tür und klick auf Familienbeziehung. Links, klick über der Tür? Familienbeziehung. Römle, bring den Müll raus. Äh, simulieren, bitte. Na, immerhin. Akzeptieren. Danke, dass du den Müll rausbringst. Kein Problem, Mama. Ich weiß, du weißt, dass ich lebe, aber wenn du mich nach Geld fragen musst, du musst Haushalt machen und Prüfungen bestehen. Einverstanden. Wenn du es gut machst, wirst du deine Familienbeziehung verbessern und du kannst mich nach mehr Geld fragen. Aber du kannst nicht immer nur die Aufgaben erledigen, die dir gefallen. Verstanden. Danke, Mama. Okay. Ja gut, äh, aber wir haben jetzt ja auch keine Energie mehr für irgendwas anderes, ne? Räum dein Zimmer auf. Nächster Test ist in sieben Tagen. Nicht genug Energie. Wie, woher kriegen wir denn Energie? Wir schlafen jetzt einfach mal. Es sollte ja eigentlich auch ein bisschen Energie bringen, oder? Oh, perfekt. Intelligenz, Dezember 9, gespielte Tage 2. Ja, cool. So, wir sind voll wach und so. Familienbeziehung. Äh, wir räumen unser Zimmer mal auf, würde ich sagen. Das wäre halt wenigstens, äh, vielleicht nicht mehr ganz so chaotisch hier. Dass es hier nicht mehr ganz so chaotisch aussieht. Unsere Familienbeziehung geht voll ab. Tadaa, hätten wir das doch schon mal hingekriegt. Fokus. Halt die Konzentration oben, besonders wenn du Spiele spielst. Sonst werden deine Fertigkeiten beeinflusst. Alles klar. Dann gucken wir doch mal hier auf die... Wir müssen auch noch zur Schule gehen, ne? Öffnungszeiten. 9 bis 22 Uhr. Ja gut, das haben wir ja gleich. Dann, äh... Au, oh, jetzt habe ich auch Optionen. Okay, Grafik. Grafikqualität. Was ist das denn hier für eine Auflösung? Kann ich das mal, äh, umstellen? Bitte? Äh... Ja, nee, das passt schon. Anwenden. Hui, oh, jetzt sieht das auch schöner aus. Ja, geil. Ähm... Komm ich hier auch wieder... Nee, ich bleib hier in meinem... Da war ich doch schon. Warum konnte ich jetzt nicht einfach zurück? Äh... You broke my heart. Oh, schön. Äh... Wird's jetzt nicht später? Cool. Dann gehe ich, äh... Nee, da komme ich jetzt ja so nicht hin. Ist ja... Ist ja voll blöd. Na gut, dann gehe ich jetzt erst den Pizzer. PC noch mal kurz benutzen und trainiere noch mal ein bisschen. Ich glaube, es reicht das, wenn ich das einfach simuliere? Üben. Simulieren. Dann gehe ich gleich zur Schule, würde ich mal sagen, ne? Ein Stresslevel ist oben. Cool. Hätten wir das, haben wir wieder ein bisschen trainiert. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir mal bitte kurz zur Schule. Ich möchte das bitte alles einfach nur simulieren. Äh, hier, wo war... wo war unser Klassenraum? War das der hier? Ja, zur Schule gehen. Äh, simulieren bitte. Erfolg wahrscheinlich. Ja, gucken wir mal, ne? Mal gucken, wie lang wir das hier überleben. Erfolg wahrscheinlich. 38. 40. Es wäre ja gar nicht so schlecht wahrscheinlich, wenn wir irgendwie, äh, den Test, äh, wenn es denn geht, irgendwie bestehen, ne? Machen einfach so lange, bis wir keine Energie mehr haben. Okay. Lerne zweimal. Oh, wir haben dafür XP bekommen. Das ist doch schon mal, äh, etwas hier. Dafür haben wir halt so absolut null Energie. Ähm, was haben wir hier? Highschool ist geöffnet. Bestehe eine Prüfung. Befreunde dich mit fünf Leuten. Flirte mit fünf Leuten. Erlange eine Familienbeziehung. 60. Lerne die ganze Woche. Ja, genau. Ähm, ich gehe jetzt erst mal... Kann ich doch irgendwie ein bisschen schlafen oder so? Darf ich dann direkt bis zum nächsten Tag? Oh, Mike, hi. Du kannst jetzt schon das Haus verlassen. Wir haben mit Marc ausgemacht, uns im Einkaufszentrum zu treffen. Was geht? Er sagt, du sollst das Team verlassen, weil du nutzlos bist. Wer ich, Marc, ist so seltsam. Hey, das war ein Scherz und du hast es geglaubt. Wir werden einen Film sehen, um ein wenig zu entspannen. Erzähl mir nicht solche Sachen. Außerdem müssen wir sprechen, weil uns immer noch ein Mitspieler fehlt. Komm schon. Okay. Äh, dann klicken wir auf die Karte und gehen ins Einkaufszentrum. Essen und die Getränke, die du im Store kaufst, befinden sich in deinem Rucksack. Alles klar. Jetzt haben wir zu Abend gegessen und können einen Film sehen. Ja, los geht's, Rüschekord. Du suchst den Film aus. Wenn es einen Film mit Superhelden gibt und wir ihn nicht sehen, verlasse ich das Team. Mal sehen, ob das, was ich dir vorhin am Telefon gesagt habe, auch stimmt, Rüschekord. Ach, sehr still. Ich such den Film besser aus. Ich habe das letzte Mal gezahlt, Mike. Also kram etwas Geld draus, damit ich die Eintrittskarten kaufen kann. Okay, äh, dann gehen wir da doch mal gucken. Tickets kaufen. Akari oder... Was ist das? Big Kill. Wir gucken. Schauen wir mal. Weiß ich ja nicht. Aber schön, mein Stress geht runter. Das ist gut. Der Film ist zu Ende. Der Film war nicht schlecht, aber ich hatte ihn mir besser vorgestellt. Was denkst du? Ich weiß nicht. Ich bin mitten im Film eingeschlafen. Es läuft nichts Gutes. Wir gehen wann anders. Gut, ich gehe jetzt. Tschüss. Hey, wir haben nicht darüber gesprochen, wie wir den letzten Spieler ins Team holen. Das ist wahr. Wir haben uns deswegen getroffen. Ich versuche, eine Bekannte zu überzeugen. Ich bin mir nicht sicher, wie sie spielt, aber ich gebe ihr Bescheid. Ein Mädchen? Hat sie einen Freund? Stehst du auf sie? Mann, Mike, halt mal deinen Ball flach. Perfekt, Mark. Gib uns Bescheid. Okay, sorry, Mark. Dann lass uns gehen. Kommst du mit mir, Wuschelkorr? Mit mir, Wuschelkorr. Mir, Wuschelkorr. Ich bleib noch ein bisschen und geh shoppen, Mike. Wo gehst du hin? Das ist ein Cosplayshop. Kein normaler, kleiner... Da ist ein Cosplayshop. Ein normaler Kleiderladen und ein Friseur. Ich weiß nicht. Mal sehen. Na gut, wir sehen uns. Bereite das Match vor. Okay. Wir sollen jetzt also shoppen gehen. Wir können ja mal ein bisschen was zu essen kaufen, würde ich sagen. Wir haben zwar nicht mehr so viel tatsächlich. Irgendwas ganz günstiges, bitte. Also vielleicht hier so das hier. Sehr schön. Dann hätten wir das. Warum werden wir danach immer so komisch hier... Store, Friseursalon. Nee, da müssen wir eigentlich nicht hin. Und wo ist jetzt der andere Shop? Ich finde das hier mit diesem Ding ins Bewegen übrigens irgendwie... Ach nee, da hinten ist das Kino. Wollte ich die Kamera nicht auch irgendwie drehen oder so? Äh, naja, aber ist mir egal. Ich gehe, äh... Habe ich noch Geld zum Trainieren? Weiß ich jetzt gar nicht. Unsere Energie ist ja durchaus wieder voll und wir können ruhig eigentlich noch eine Runde... Äh, oder wir können zumindest auch zwei Runden merchen hier. Dann gucken wir uns das hier doch mal an und simulieren das. Stress geht dadurch ja auch nur ein bisschen hoch. Noch eine Stunde, bis die Highschool schließt. Ja, das ist dann halt so. Du hattest keine Zeit mehr. Oh, wir können... Wir können noch einmal das auf jeden Fall hier PC nutzen. Äh, Miete zwei Stunden für das hier. Und dann simulieren wir das wieder und machen wir nämlich noch ein Level-Up. Yeah, Level fünf. Vielleicht, äh... Gibt uns das ja auch durchaus noch bei was anderem hier so ein bisschen, äh... Ja, ja, cool, cool. Kommunikation, Koordination, Erfolg wahrscheinlich 17%. Nicht schlecht. So, dann gehen wir jetzt noch nach Hause. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch so eine Familienbeziehung hier... Frag nach... Ah, Familienbeziehung 62. Wohl, cool. Kann man das hier irgendwo... Highschool ist geöffnet. Aber wir haben doch hier 60. Naja gut. Dann würde ich sagen, war's das auf jeden Fall für diese Runde mit Esports live. Wir sehen uns vielleicht auch in der nächsten Folge wieder. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. zuhören, zuhören.